ein bisschen striegeln wird der sattel auch wieder sauber das auch mit den nachbarn ja kommen wir schon voll verfilzt das pferd arme vieh noch ein bisschen lang striegeln hier staub von diesem vieh kommt alter schwede so jetzt gucken wir mal was wir sonst was haben wir sind jetzt hier in roth ok wir sind jetzt hier ganz unten das ist auch spannend ich würde als allererstes ganz gerne zu albert mason reiten damit wir diese mission endlich mal haben bevor wir hier mit dutchy reden morning möchte bei wild allow mr maguire nicht schon wieder gegen baum hüpfen weiter auch nicht so was hier mann moni diesen alter moni diesen so ich bald mal ein bisschen das herz gerade im auge die wollen mich angreifen oh shit alter ich wollte gerade sagen wir haben den zug überfallen der frisst aber cool der hat aber richtig kugeln gefressen vielleicht können wir im zug selbst auch noch ein bisschen was lindern das werden natürlich auch eine coole sache hier so eine truhe können wir auch noch mal reingucken das cool unser pferd bleibt auf unserer höhe das heißt wenn irgendwas kommt und direkt abhauen was denn mit der was da ein schönes drin nichts also können wir beides nicht nehmen haben wir hier runter es scheint eher ein güterzug gewesen zu sein nichts drin da waren münzen an sie danke für die sperrung mittel dollar münzen ok wie geil wäre das wir setzen uns jetzt einfach hier hin und sagen wir wurden überfallen hier gibt es ja nichts zug fahren wir könnten auch mit dem zug fahren alles klar ich nehme ich muss in die falle den zuschauer wünsche ich hier noch viel spaß im stream und ollie dir natürlich auch und bis zum nächsten mal äh sven ja vielen vielen dank äh nochmal dankeschön für den raid und dann würde ich sagen dass sie nicht ärgern habt einen schönen abend achso ich kann nur ich will jetzt eigentlich gar nicht achso jetzt hat er aufgehört ok ja damit aber nicht so viel zu tun kollege wenn ich einfach hier rüber holi hell da ja auch immer heilige hölle so mr mason entschuldigung da bin ich gerade gegen das mikrofon gekommen du hast das revier eines legendären tiers betreten ok was könnte das für ein tier sein so ein wolf ok was wir müssen auch den bär kriegen ne so und ich mach mir jetzt was zu essen war drei stunden am stream ja dann hast du dir das essen auf jeden fall verdient dann genieß dein essen auf jeden fall ich werde auf jeden fall nicht hier durch den tümpel gehen denn wie immer sind es krokodile die hier sind ne ne jo gute frage franzi hast du deine vod an und schmeißt das doch nicht immer weg man was ist denn kaputt mit dir heb das doch auf und schläg hängst doch direkt an dein pferd direkt an analyse ok hier unten sind auf jeden fall krokodile analyse oder analyse nein analyse warte kannst du gleich genau sehen pass auf so wird es geschrieben ah das ist so geil warte ich schreib mal kurz wie das geschrieben wird pass auf so wird es geschrieben so wird es geschrieben unser pferd heißt analyse aktuell noch nicht ok ja das muss man ja auch tatsächlich immer für sich selbst entscheiden soll man die wiederholungen nochmal sehen können ok also hatte ich 1 l zu viel ja genau na aber franzi nochmal wegen den vod's das muss man halt auch für sich entscheiden will man dass die leute die letzten streams sehen können das kann werbetechnisch ganz cool sein finde ich aber muss man halt über selbst entscheiden ne ich vergesse auch manchmal ich muss sie ja selber freigeben ähm und manchmal vergesse ich das ich muss auch immer dran erinnert werden ich bin mir auch gerade nein nicht nicht analyse äh er ist tot ich denke nicht ich habe ihn getötet was mit ihm raubt ihr mich raubt ihr köder ok will erstmal sicher werden und wenn alles ohne probleme läuft habe ich kein problem damit ok kann ich verstehen er macht das aber auch tatsächlich einfach dann wenn du meinst dass das jetzt für dich passt na Mr. Mason der will Krokodile fotografieren das ist ja herrlich er ist auch überhaupt nicht gefährlich das ist ja 90% Du sagst das wie es dich schrecklich ist Es sind schöne Kreaturen Mal sehen, wie du sprachst, wenn du dich in der Erde bist Ja, ich werde ein Kreaturen ein sehr glückliches Essen machen Mal versuchen, das zu passieren heute zu können Wenn du da bist, dann kriegst du ein tolles Gerät und dann kriegst du dich Was für ein Weg zu gehen Warum holst du das Boot aus? Und ich werde dich beschützen Komm, komm in das Boot, er wird gut Wenn du wirklich denkst, dass das notwendig ist Wenn du alles schüttest aus dieser Bank Dann wünschst du, dass die Wölfe dich hat Wirklich? Ja Die 10% haben überlebt Sie sind die schrecklichen Es ist für den Streamer selber immer schön, sich das selber anzuschauen und besser zu sehen, was man verbessern kann Ja, das stimmt Da gebe ich dir recht Das ist tatsächlich eine coole Sache eigentlich Aber das ist auch nicht für jeden etwas Ja, also jeder, wie er das möchte, klar Das ist tatsächlich Das ist tatsächlich in danger of extinction. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than than alligators. The gator! It's got it! Quick, quick! I must get this shot! We caught him! In the middle of his dinner! This is history-making, truly. Nature, in all its glory and cruelty. It would have been you if you stayed on that bank where I found you. Don't! Okay! So, um... Now it's... ...Sovest West, or Due West. 17 feet, 19 feet, 21 feet with a 5-foot head. What? They found a big hole in these parts. Surely they did. There's 20-foot gators here and us two idiots are sitting in a 12-foot skiff? No. This is in the 70s, 80s. All the really big gators have been hunted out and killed. More the shame, I say. It's terrible. Right? Right. There. In the cane rake. That's a likely spot for one. Pick us around the island until we see something. Okay. There. In the channel. You see its head? Excellent. Beast in repose. All is calm as the predator irks. Ah, yeah. The final sighting was to the north-west stream. Mal auf einmal schauen. Da finde ich es als Zuschauer als ganz schön, wenn man den später den anderen streamen schauen kann. Also ab jetzt zuerst Franzi und danach Exo oder Grimsch. Da ihr VODs habt. Langer Text, sorry. Alles gut. Ich schalte zukünftig die VODs einfach aus und dann musst du das halt auch sofort gucken. Sag mal. Was ist denn das hier? Erst die Franzi gucken und dann mich. Also das ist ja, das ist ja unerhört, ja. Also das ist ja. Ich will da rüber. Kann ich da rüber? Kann ich? Ah, verdammt. Okay, schade hätte es sein können. Nein, drehen. Okay, ich muss drehen. Ja, ich sehe nicht. Da lässt er den Braunbären raus. Hallo, hallo, hallo. Da werde ich zum Ingrimsch. Ah, wegen dem Vieh da hinten bestimmt, ne? Mach nicht den. Wieso? Das macht Mali den. Genau. Und wieder Party. Hier gibt's immer Party. Na toll. Jetzt soll ich da reingehen. Marcel, moin. Ich wette, das Vieh wird mich gleich sowas von catchen. Over here, boy. Oh, here, gator. Ich hoffe, du bist langsam. Oh, hier alles okay. Wir streamen eben hier abgeschmitten. Oh, wieso? Was passiert? Was ist passiert, Marcel? Was ist passiert, Marcel? Keine Ahnung. Okay. Alles so einfach ein Abbruch, oder was ist da passiert? Hab ich mal direkt gemerkt, hat OBS also einfach den Stream beendet. Ich labere weiter. Ich labere weiter. Ja, hatte ich auch schon. Okay, das ist auf jeden Fall kacke. Aber ohne witzig, hatte ich das auch schon mal mit OBS. Ah, ja. Docker hier. Just pull up to the bank. That should do it. Yes. These pictures are your take. Yes. They're gonna be any good. Oh. I certainly hope so. Although I doubt it. The subject is magnificent. The backdrop jaw dropping. But the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots. You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason? Well, I'm good for laughing at, if nothing else. I didn't mean it like that. I know. Still, I feel such a fool around you, sir. Don't worry about it. Oh. I foresaw many an ignominious future for myself, but never damsel in distress. Well, good luck, Mr. Mason. Thank you and to you too, sir. Try and stay out of trouble. I shall certainly try. Very good. So muss Analyse herkommen. Aber heute ist das auch nicht schlimm. Oh, warum? War heute nicht so gut drauf. Und dann sollte man manchmal vielleicht auch einfach den Stream auslassen. Ja, das stimmt. Ja, also. Beim Stream ist es ja auch immer ganz wichtig, dass man da auch echt Bock drauf hat. Und das nicht macht, weil man sich gezwungen fühlt. Also das ist ja auch ganz, ganz wichtig, sowas. Hier ist ein Steckbrief. Hier ist das hier. Gibt es hier auch einen Steckbrief? Ne, hier gibt es keinen Steckbrief. Okay. Dann holen wir uns hier mal den Steckbrief, würde ich sagen. Bestimmt eine ganz schöne Ecke, da hin zu reiten. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe heute auch nicht. Ich habe auch aufgehört, als ich merkte, ich bekomme Kopfschmerzen. Darauf erstmal eine Zigarette. Ja, wenn es hilft. Wenn die Zippe hilft, dann warum nicht rein in den Kopf damit, ne? Ganz einfach, oder? Äh, du wolltest auch gerade rauchen gehen. Das stimmt, Exo hat seinen Stream richtig gefühlt. Der ist selber fast eingeschlafen. Oh, das ist heftig. Aber das hatte ich auch schon ein paar Mal. Das hatte ich ganz oft im Parastream irgendwie. Das ist schon so eine andere Sache, als wenn man richtig zockt oder, äh, einfach nur zuhört und, ey, würde ich direkt dazu gähnen. Ähm, nein. Dann geht Franzi und ich eine Raucherpause machen. Macht das ruhig, ihr beiden. Gar kein Problem. So was, dass man mir nicht erzählen über Exo. Ja, ich weiß, wie das aussieht. Äh, wie er einschläft, oder was? Du weißt, wie es aussieht, wenn er einschläft, oder was meinst du? So, wir geben ihm mal ein paar Hapa-Plätzchen hier. Oh, ist das hier nicht das, das, äh, Pestdorf? Ja, ne? Ja. Oh, ist das Pestdorf. Oh, hier reiten wir einfach mal dran vorbei. Hier müssen wir gerade nicht unbedingt bleiben, finde ich. Also es ist in Ordnung, wenn wir da nicht erhalten. Ich mob ihn da rauf. Schreib ihm mal. Du wirst fast eingepennt. Was war das denn gerade? Achso, du alte Lutschpuppe. Ich werde das doch irgendwie zeichnen. Aber auch bei dir merkt man, wie du den Stream fühlst. Gerade bei Hassan. Ja, Hassan ist der Beste. Aber Hassan ist doch tatsächlich eher ein, äh, Insider. Also das, ähm, kennt man von, von meinem Paramittwoch. Mach das. Hab ein gut, ich hab ein gutes Recht dazu. Aber erstmal, wie Mali gesagt, Raucherpause. Macht das ruhig, ihr beiden. Genießt die Zippe. Lasst sie euch schmecken, würde ich sagen. Wie denn hier? Was, das war ich hier schon? Enteignungsbescheid auf Anordnung des Richters Meredith Holden und der Gerichtbarkeit des Staates Limoyne wird dieser Grundbesitz einschließlich aller darauf befindlichen Güter zwangsenteignet und der Bank von Rhodes übereignet. M. Holden, Richter Holden. Henrietta Blackley, Gerichtsschreiberin, 18. November 1895. Oh, das ist ja nett. Ja, wer kennt das nicht, ne? Erstmal richtig schön enteignen. Ja, genau. Und wieder 26 Cent an den Start. Ja, genau. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ......